Osteomyelitis, Knochenentzündung. Im Internet werden Sie verschiedene Begriffe für Knochenentzündung finden. So schreibt man manchmal Osteitis, Periostitis, Osteomyelitis. Das sind alles Umschreibungen, wo sich die und kann natürlich auch als Information dienen, wo sich die Osteomyelitis abspielen kann. Also die Entzündung, ob sie sich im Knochenmark hauptsächlich abspielt, dann spricht man von Osteomyelitis. Oder ob sie sich eher peripher bei der Beinhaut oder der Knochenhaut abspielt, dann spricht man von Periostitis. Osteitis ist ein Begriff, der dann mit der Zeit entstanden ist. Wenn man es ganz genau betrachtet, dann ist dieser Begriff eigentlich falsch, weil das Osteitis, das ist sozusagen die Knochenmatrix, das Kollagen und dann die Calciumphosphat-Kristalle, die Calciumphosphat-Ionen, die dann in einer speziellen Struktur angeordnet sind, also diese Knochenmatrix, die sich eigentlich nicht entzünden kann. Denn für eine Entzündung braucht man immer Zellen. Also entweder das Mark oder eben diese Beinhaut, Knochenhaut. Das ist aber alles eigentlich nur ein lateinisches Geplänkel. Viel wichtiger für sie ist, wie kann es zu so einer Osteomyelitis kommen? Die häufigsten Ursachen für eine Osteomyelitis sind infektiöse Ursachen, sprich ein Mikroorganismus, in der Regel Bakterien, sehr seltener Pilze, werden in den Knochen eingeschleppt und lösen dort daneben eine Entzündungsreaktion aus. Das ist die häufigste Ursache, aber es gibt natürlich auch noch viele andere Ursachen, wie zum Beispiel ein ausgedehnter Knocheninfarkt. Auch der kann zu einer Knochenentzündung führen. So stellen Sie sich vor, zum Beispiel bei einem Diabetiker, wo die Durchblutung generell sehr schlecht ist, wenn Diabetes also nicht rechtzeitig behandelt wird, dann kann diese schlechte Durchblutung dazu führen, dass bestimmte Knochenareale, vor allem im Oberschenkel, mit Nährstoffen zu wenig versorgt werden. Diese Bereiche sterben dann ab und dieses zerfallende Gewebe, dieser nekrotische Knochen ruft dann eine Entzündungsreaktion hervor. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit für eine nicht infektiöse Osteomyelitis. Im Kieferbereich findet man eigentlich nur ausschließlich infektiöse Osteomyelitiden, das heißt die ganzen Sonderformen sind da nicht so wichtig. Eine der häufigsten Ursachen ist also nach Zahnziehen eine auftretende akute Entzündung, eine akute Knochenentzündung, die meistens selbstlimitierend ist. Der Zahnarzt spricht auch häufig von Alveolitis, die Alveole, das ist das Zahnfach. Die Alveolitis nimmt in der Osteomyelitis oder in der Periostitis genauer gesagt so ein bisschen eine Sonderstellung ein. Wieso tut sie das? Eine Alveolitis wird sehr selten zu einer chronischen Osteomyelitis. Das liegt daran, dass die Alveole sehr gut durchblutet ist. Wieso ist die Alveole oder dieses Knochenfach sehr gut durchblutet? Man findet dort das Desmodont. Was ist das Desmodont? Das ist ein Bindegewebiger Aufhängungsapparat, der Druckbelastungen in Zugbelastungen umwandelt. Was soll das bedeuten? Sie kennen das vielleicht, alte Menschen, die liegen so lange an einem Platz, also wenn sie nicht gut gepflegt werden, bis sie sich wund liegen. Man spricht dann von Degubitus. Und was ist das? Sie können es selber bei sich testen, wenn sie sich hier auf die Haut drücken, dann merken sie, da kommt ein weißer Fleck. Wieso weiß? Weil in diesem Gebiet das Blut verdrängt wird. Und wenn das zu lange passiert, dann ist dieses Gebiet einfach nicht mehr mit Blut und somit mit Nährstoffen versorgt. Und das Areal stirbt ab. Das passiert also, wenn irgendwo am Körper ein zu großer Druck über lange Zeit resultiert. Und das wäre natürlich beim Zahnapparat schlecht, wenn man beißen würde. Und dann würden die Zähne aus dem Kiefer herausfallen. Und deswegen befindet sich zwischen Knochen und der Wurzel ein bindegewebiger Aufhängungsapparat, der, ich sage, das ist der Knochen und Sie müssen sich vorstellen, hier dazwischen, das ist die Wurzel und hier dazwischen sind lauter kleine Bänder. Und wenn ich jetzt sozusagen auf den Zahn drücke, dann resultiert am Knochen ein Zug. Und dieses Desmodont, dieser Apparat, der ist sehr, sehr gut durchblutet. Und deswegen werden also akute Entzündungen im Kieferbereich sehr selten chronisch. Wie kommt es nun nach dem Zahnziehen zu so einer Alveolitis? Da gibt es also verschiedene Ursachen. Häufig spielen da noch Kombinationsformen hin. Einmal kann die Schuld beim Arzt selber liegen, wenn er zum Beispiel sehr traumatisch den Zahn zieht, also wenn sehr viel Gewebe rundherum verletzt wird. Oder wenn er mit unsterilen Instrumenten arbeitet oder generell sehr unsteril arbeitet. Die Ursache kann aufgrund der Ausgangssituation vorliegen, wenn zum Beispiel andere Infektionen im Mund vorliegen, wie eine Parodontitis oder ein stark karööses Gebiss. Auch das kann dann natürlich zu Wundinfektionen führen. Auch Sie als Patient können natürlich dazu beitragen, indem Sie zum Beispiel schlechte Mundhygiene betreiben und oder viel rauchen. Nikotin, einfach erklärt, zieht ja die Blutgefäße zusammen und zusammengezogene Blutgefäße bedeutet schlechtere Durchblutung, schlechtere Durchblutung, weniger Immunzellen, weniger Immunzellen, größere Gefahr von Infektionen. Zudem können Sie sich vorstellen, schneiden Sie sich einmal in die Hand und halten Sie dann diese Hand, diese Wunde zum Auspuff vom Auto und Sie werden merken, dass die Wundheilung nicht wirklich gut vorankommt. Das heißt, das sind alles so Faktoren, wieso es nach Zahnverlust zu einer Knochenentzündung, zu einer Alveolitis kommen kann. Wie gesagt, zum Glück wird daraus sehr selten eine chronische Osteomyelitis. Was sind die Symptome einer Alveolitis? In der Regel treten zwei bis drei Tage nach der Zahnextraktion plötzlich Schmerzen auf, die immer mehr zunehmen. Sie können lokal dann auch gespollene Halsnümpfknoten entdecken und häufig ein übler Geruch. Manchmal sieht man nur ein weißes Knochenfach. Man spricht von Alveolitis Sika. Wie behandelt man nun so eine Alveolitis? Sie werden im Internet teilweise sehr unterschiedliche Behandlungsempfehlungen finden und teilweise auch sehr abenteuerliche Behandlungsmethoden. Das ist hauptsächlich in der Geschichte oder die Ursachen hierfür liegen in der Geschichte, weil die Zahnärzte in der Regel keine chirurgische Ausbildung haben. Bevor man also eine Knochenentzündung zum Kollegen, zum Oralkirurgen oder Kieferchirurgen schickt, wird dann häufig mit weißerchen Salben oder irgendwelchen Pasten selber behandelt. In der Medizin generell wird versucht jede Entzündung, wenn sie also besteht, die Knochenentzündung anzufrischen, sodass man also den nekrotischen, den kaputten Knochen entfernt und danach mit einem guten Wundverschluss versieht. Das gleiche sollte also im Mund auch passieren. In der Regel reicht es aus, wenn man das Knochenfach ein wenig anfrischt, die Alveole mit einem scharfen Löffel, bis es schön blutet. Wenn es zu wenig blutet, dann wird manchmal ein Lappen gebildet, ein Schleimhautlappen und die Wunde speicheldicht zugenäht. Wie behandelt man eine chronische Osteomyelitis? Im Endeffekt so wie eine Alveolitis. Es wird also versucht, den Knochen anzufrischen und danach dich zu vernähen. Vorher natürlich gibt es, bevor man also mit der Chirurgie oder begleitend zur Chirurgie, gibt man häufig hochdosiert Antibiotika über die Vene. Man versucht die Durchblutung und die Sauerstoffzufuhr des Knochens zu verbessern, mit zum Beispiel Sauerstofftherapie. Man versucht, medikamentöse Einlagen in den Knochen zu geben, sei es in Form von Knochenersatz, welches in Antibiotika getunkt ist oder in Antibiotika-Ketten. Denn das Problem bei der chronischen Osteomyelitis ist, dass der Knochen, wie schon erwähnt, richtiggehend vernarbt und jede Narbe ist immer schlechter durchblutet. Das bedeutet, es kommt also weniger Blut hin und die Antibiotika erreichen somit natürlich nicht ihren Ziel oder ihren Wirkungsort. Wichtig für sie ist, dass sie keine Angst haben und nicht das Problem vor sich her schieben, wenn sie also glauben, dass sie eine chronische Osteomyelitis haben. Wie äußert sich eine chronische Osteomyelitis? Es kommt immer wieder in Intervallen zu lokal auftretenden Schmerzen, die aber natürlich immer in dem Bereich sind, wo diese Entzündung entsteht. Man sieht dann häufig auch eine Schleimhautschwellung. Die Hals-Lymphknoten können anschwellen. Es kann durch Knochenumbau-Vorgänge der Kiefer deformiert werden. Das alles sind Zeichen für eine chronische Osteomyelitis. Wenn sie sowas haben, dann ist es wichtig, dass sie sich ein Zentrum suchen, wo häufiger chronische Osteomyelitis operiert werden. Denn das generelle Problem für chronische Osteomyelitis Patienten ist, dass viele Kollegen, die jetzt damit nicht so häufig zu tun haben, nicht zu erfahren sind. Auf der anderen Seite ist die Operation einer Osteomyelitis nicht wirklich Gewinn bringen und somit machen das häufig junge Ärzte. Es wird dann zu wenig oder zu vorsichtig Knochen abgetragen und somit wird eine chronische Osteomyelitis häufig verschleppt, bis dann eben ein erfahrener Arzt das Ganze in die Hand bekommt und dann also wirklich großflächig Knochen abträgt. Das führt dazu, dass dann natürlich der Defekt immer größer wird, weil das Infektionsgebiet immer größer wird. Das heißt, sollten Sie an einer chronischen Osteomyelitis leiden, dann fragen Sie einfach den Kollegen, wie häufig er das schon gemacht hat, ob das auf der Abteilung häufiger gemacht wird. Denn üblicherweise wird dann in Vollnarkose einerseits eine Biopsie entnommen, dass man also die Bakterien isolieren kann und im Zuge dieser Biopsieentnahme wird dann der Knochen auch angefrischt oder die Teile vom Knochen werden entfernt. Man spricht von Dekortikation und eben Speicheldicht zugenäht. Ein gutes Diagnostikum einer chronischen Osteomyelitis sind spezielle Röntgenaufnahmen. Man spricht von Knochen ist zintigaffin. Das sind also Aufnahmen, da bekommen Sie über die Vene ein radioaktiv markiertes Element, welches sich vermehrt in Knochenzellen einlagert und bei jeder Entzündung, Knochenentzündung findet man vermehrt Abbau und Anbauzellen, Osteoplasten und Osteoklasten und also dort ist erhöhte Knochenaktivität und kommt es also zur Anreicherung von diesem radioaktiven Material in dem Fokus, in der Problemzone, dann ist das eben ein Hinweis auf eine Osteomyelitis. Man schießt, man verabreicht also dieses Medikament über die Vene, wartet dann eine Zeit lang, macht ein Röntgen von der Region und wenn man dort dann so einen Hotspot sieht, dann ist das ein Hinweis für eine Osteomyelitis. Wichtig bei dieser Untersuchung ist, dass mindestens ein Jahr vorher keine Operationen erfolgt sind, keine Knochenoperationen, weil natürlich, wenn dort zum Beispiel Zahn gezogen wurde vor ein paar Wochen oder aber das Hundgebiet biopsiert wurde oder angefrischt wurde, dann kann das natürlich zu falsch positiven Knochenszintigraphie führen, weil dann ist dort auch ein erhöhter Knochenumbau, aber eben keine Entzündung. Man kann das dann noch mit speziellen Antikörpern ein bisschen eingrenzen, das heißt, man verabreicht ihnen nicht nur ein radioaktives markiertes Element, sondern auch noch spezielle Antikörper. Diese Untersuchung wird aber sehr selten durchgeführt oder wirklich nur in sehr spezialisierten Zentren, da müssen sie sich also vorherkundigen. Wichtig ist, keine Panik, sie werden an der Osteomyelitis nicht sterben. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man halt einen Teil von dem Knochen entfernen muss und den Kieferabschnitt dann mit ihrem Knochen oder mit künstlichen Knochen wieder aufbauen muss. Alles gut! Alles gut!